Yo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und heute gibt's mal ein kurzes Infovideo mit Quick Bad Wars Gameplay im Hintergrund. Der Fax war dabei, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Gerne mal abonnieren. Ja, dann los geht's mit dem ersten Thema. Und zwar haben wir ja, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, es sind wieder mal keine Videos gekommen. Das tut mir wie immer extrem leid. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, neben der Schule noch Videos zu machen. Ich zocke selber auch noch richtig gern und zocke im Moment nicht so viel in Minecraft. Darum tut mir das ein bisschen leid. Ich habe auch schon überlegt, eventuell keine Minecraft-Lettsplace mehr zu bringen, aber habe das dann doch wieder verworfen, den Vorschlag. Und denke jetzt einfach, ich werde versuchen, mehr aufzunehmen, ein bisschen was mit anderen Leuten zu bringen. Ich bin vielleicht auch in einem Projekt dabei, was wir aber noch nicht ganz angekündigt haben. Das ist noch nicht super fix. Wir wissen noch das Datum nicht, wenn es startet und so weiter. Aber ich wollte euch mal dazu anteasern. Also bleibt unbedingt aktiv auf dem Kanal, auch wenn mal keine Videos kommen. Es tut mir extrem leid. Mittwoch wieder kommt natürlich. Kommt noch mal eine Runde Seals Go, würde ich sagen. Für die Leute, denen es gefällt, gerne mal Daumen nach oben geben. Und ich habe jetzt auch vor, am Wochenende auch ein Video zu machen. Das heißt, da wird wahrscheinlich der Fax dabei sein. Und da spielen wir irgendwie eine Runde Bandwass oder so. Ja. Ich würde sagen, das war es auch schon zu dem Thema. Und wir machen kurz einen, keine Ahnung, Setcut zum nächsten. Und zwar geht es darum, ich werde wahrscheinlich selber ein kleines Projekt starten. Dazu brauche ich aber, wie gesagt, Bilder. Das ist jetzt ein anderes Projekt, als das, was ich starten wollte. Aber ich brauche zwei Leute oder drei Leute, die wirklich gut bauen können. Das wird definitiv kein Server. Das wird ein reines YouTube-Projekt. Ich will aber noch nicht zu viel verraten. Deswegen, ja, bitte, wenn ihr gut bauen könnt, unbedingt vorbeischauen. Ihr werdet auf jeden Fall verlinkt oder irgendwie kurz angeteasert auf jeden Fall. Das wäre ultra nice von euch, wenn sich da jemand melden würde. Weil ich will echt was Geiles machen, was wirklich mit viel Arbeit zu tun hat. Und, ja, viel Schnittarbeit. Und ich finde eigentlich, dass es episch aufgezogen wird. Darum seid auf jeden Fall gespannt da drauf. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Und, ja, kurzer Jump-Cut zum nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt noch kurz darum, wie ich es vorher schon angeteasert habe. Wird ein kleines PHP-Projekt starten auf meinem Kanal. Mehr verrate ich noch nicht. Ich bin auf jeden Fall fix dabei. Für die Leute, die gerne mal vorbeischauen können. Ich habe das Video hier jetzt irgendwo so fett verlinkt. Keine Ahnung, hier so mit dem Finger, mit dem zweiten Finger. Hä? Hier so fett verlinkt. Über meine Facecam. Keine Ahnung. Oder in der Infokarte ploppt es jetzt auf. Ja. Ähm. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Könnt euch das Video kurz angucken. Könnt euch das Vorvideo auch noch angucken. Das verlinke ich euch auch noch rein. Ja. Das war es eigentlich so von meiner Seite damit. Ich hoffe, das Gameplay ist jetzt halbwegs fertig geworden. Wenn nicht, verändert sich das Gameplay jetzt noch. Und dann kommt das Outro. Und ja, den Rest kennt ihr eh. Leute, bleibt geilo. Ich muss meine neue Abmoderation verwenden. Und lasst einen Daumen nach oben da. Comment wird mich freuen. Wie immer natürlich. Und ein Abo unbedingt da lassen, Leute. Kommt schon. Ich habe schon so viele Abonnenten mehr gemacht. Also bitte macht ein Abo da. Lasst ein Abo da. Ich brauche das. Ciao. Bis zum nächsten Mal.